Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily, 1321, heute mit den folgenden Themen. Windows 8, Apple, Teufel, Tile, Fitbit, Call of Duty, Ikea, Oppo und Sunrise. Ich starte gleich mit dem ersten Thema. Windows 8, eigentlich ist schon im Januar dieses Jahres passiert, aber ich habe es verpasst. Windows 8 wurde offiziell begraben. Unschöner Moment für mich, der mit Windows 8 irgendwie wieder mal ein bisschen zurückgefunden hat auf dieses Windows und da wieder Freude daran gefunden habe. Nach Windows 2000 war nichts mehr wirklich für mich und deshalb hatte ich mit Windows 8 so mein Wow-Moment und hatte riesen Freude daran, dass das wieder ging oder für mich ging. Ich hatte eine sehr innige Verziehung zu Windows 8. Ich weiss aber, dass das viele nicht so gesehen haben und jetzt ist es offiziell begraben. Es gibt keine Updates mehr, man sollte es nicht mehr nutzen. Ich werde dennoch in den nächsten Tagen mein Surface aus der Zeit wieder mal hervorkramen und das andere Gerät, was ich da noch hatte und ein bisschen mit Windows 8 rumspielen. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Bei Apple gab es das alljährliche KI-Event. Da berichtet Apple internen, früher oder in den letzten Jahren halt immer virtuell, jetzt im Steve Jobs Theater und für diejenigen, die nicht konnten, dann doch auch virtuell, gab es die aktuelle Meldung, wo man ist und wer jetzt gewartet hat darauf, dass Apple da was zeigt, was alles umhaut und die Leute ins Staunen bringt und niemand darf darüber erzählen, weil Mitarbeiter und Verschwiegenheitsklausel etc. Nein, es wurde nichts gezeigt. Man hat ein bisschen erzählt, in welche Richtung das gehen wird und dass wir an der WWDC mehr sehen werden und Intensiveres dazu sehen werden. Und ich finde es auch gut so, weil dann dürfen wir uns freuen auf das WWDC-Event und was da so alles kommen wird. Auf jeden Fall hiess es laut Gorman, dass das Ganze bei Apple auf höchstem Niveau ist und dass sie in dem Bereich an der Spitze stehen werden. Na dann, das gibt sehr viel Platz für sehr viel Spekulation. Wir werden auf jeden Fall sehr viele Gerüchte sehen und hören in den nächsten Tagen und Wochen. Wolltest du immer schon mal ein mobiles Lautsprecherteilchen haben, das auch gleich noch den Google Assistant mit integriert hat, dann kannst du das. Bei Teufel gibt es den MotivGo-Lautsprecher in der neuen Variante, nämlich der Voice-Variante und da ist der Google Assistant mit integriert. Etwas um die 299 Währungseinheiten ist der UVP, ein kompakter kleiner Lautsprecher, den ihr eben unter anderem auch unterwegs nutzen könnt, mit genannten Integrationen. Wer mag, darf gerne zuschlagen, kommt nächstens in den Verkauf. Bei Teil wurde das Anti-Diebstahl-Feature mit ausgerollt. Es wurde schon länger angekündigt, jetzt ist es hier ein bisschen spezieller und ja, doch speziell halt einfach, finde ich. Weil der Benutzer, der das macht, der darf sich mit einem Lichtbildausweis registrieren, mit einem Selfie verifizieren und dann auch noch quasi stillschweigenden Vertrag akzeptieren, dass, falls man das Teilstückchen dann für unschöne Dinge nutzt, man bis zu einer Million US-Dollar Strafe bezahlen darf. Sehr, sehr speziell, aber somit möchte Teil es umgehen, zu Problemen zu kommen, wie das Apple zum Beispiel hat, wo es ganz viele Stalking-Vorwürfe gibt. Alles in allem sehr speziell, auch die Umsetzung, aber vielleicht hilft es. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bei Smartwatch darf Fitbits Platz machen. Google hat angekündigt, dass die Entwickler von Tritt-Apps doch gerne nicht mehr auf die Fitbit-SDK zugreifen dürfen, sondern auf die von Google. SDK ist das Software-Dollopper-Kit, was man nutzt, um eben Software für Geräte zu entwickeln. Und somit sind da auch Dinge wie Aktivitätsmessungen, Adventures und Challenges, die dann unter dem Fitbit-Universum auch in die Google Cloud synchronisiert und verglichen werden können. Wir dürfen gespannt sein. Vor kurzem erst kam ja Apple Maps, genau, Google Maps und die Google Wallet auf die Fitbit-Geräte. Wir werden sehen, wie lange es Fitbit in dem Sinne noch gibt. Microsoft hat jetzt zugestimmt, und zwar, also zugestimmt haben sie schon länger, aber jetzt schriftlich ist abgegeben an Nintendo, dass sie auch die nächsten zehn Jahre noch die Spielreihe Call of Duty für die Plattform optimieren und herausbringen werden. Man hat sich darin auch dafür ausgelegt, dass man keine Special-Geschichten macht, wo man dann auf der Xbox 2 erst startet oder gewisse Funktionen und Features nur auf der Xbox bringt. Nein, das Spiel soll überall auf allen Plattformen gleich sein. Warum macht das Microsoft? Ganz einfach, weil der Deal zur Übernahme des Spiele-Giganten ist noch nicht in trockenen Tüchern. Activision ist noch eben in der Schwebe. In den USA hat die FTC gegen den Deal geklagt und auch die EU hat bemängelt, dass sie da irgendwie nicht so mit zufrieden sind und sogar Grossbritannien hat Einspruch erhoben. Bei Ikea gibt es neues Überzugsmaterial für die Symphonisk-Lautsprecher. Wer möchte, Link wie immer in den Shownotes, könnt ihr euch es anschauen, auch den Namen selber lesen, wie das Ding erheissen. Smartphones von Oppo sollen zukünftig ja mit dem eigenen SoC, also mit dem eigenen Chip, ausgerollt werden und das hat einen grossen Schritt nach vorwärts gemacht. Das sogenannte Tap-Out ist erreicht worden. Das ist der Moment, wo der Chip aus der Entwicklung rausfällt und bereit ist für die Massenproduktion. Reicht das noch auf das neue Gerät, was kommen wird? Ich denke eher weniger. Ich spreche hier vom Find X6, was normalerweise im März, April rauskommt. Vielleicht auch doch. Wir lassen uns überraschen und vor allem dann auch, wie das Ganze funktioniert. Gefertigt wird der 4-Nanometer-Chip übrigens von TSMC, der gleiche Hersteller, der unter anderem auch Teile für Apple und andere Hersteller fertigt. Und zu guter Letzt gibt es noch den Samsung Smart Bildschirm, genau, Sperrbildschirm und wie du ihn anpassen kannst in einem Short-Video drüben auf dem YouTube-Kanal. Wer mag, gerne reinklicken und anschauen. Und für alle anderen einen schönen und erfolgreichen Tag. Startet gut. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.